Hallo Gemeinde, Rock'n'Roll! Als allererstes starten wir mit unserer Spendenaktion rein in dieses Video. Und den aktuellen Stand seht ihr hier oben. Den aktuellen Stand von Samstagabend wahrscheinlich, wenn ich das Video komplett fertig geschnitten habe. Weil das ist ja immer noch im Fluss, dynamisch am Start, diese Summe. Und wir konnten aber jetzt zum 4.8. Mittwoch, wo wir hier das Video jetzt schon mal anfangen, oder wo ich dieses Video schon angefangen habe zu drehen, an die Gemeinde Misch 6.347,85 Euro überweisen aus diesem Topf, weil GoFound.me natürlich monatlich immer ausschüttet, also ab dem 1.8., das war ein Sonntag. Also die Kohle haben wir jetzt Anfang der Woche bekommen und haben die natürlich sofort an die Gemeinde Misch weiter überwiesen. An den Förderverein, die Kontonummer von denen blende ich unten mal ein, beziehungsweise hau die auch noch mal in die Videobeschreibung rein. Wer also da direkt hin überweisen möchte, kann das natürlich auch gerne tun. Weil mit GoFound.me ist ja eine amerikanische App, viele haben das schon gemerkt, da ist so mit der Zahlungsmodalität immer ein bisschen schwierig. Also da kann man nicht noch mal hin überweisen, da muss man über Klarna gehen, oder über GiroPay oder Kreditkarte. Hat auch nicht jeder, will auch nicht jeder, kann ich auch verstehen. Aber ist halt so, bei denen geht nicht anders. So, das haben wir jetzt schon mal bewiesen. Wie gesagt, wir versuchen jetzt, oder die Spendenaktion läuft ja bis 10.000 Euro und wenn wir die voll haben, ist die erstmal fertig zu Ende. Dann muss man sehen, wie wir weitermachen. Schauen wir mal. Aber wenn wir dann den Rest da voll gemacht haben, bis Ende des Monats, also bis quasi zum 1. September, das wäre natürlich eine super Sache. Und die Gemeinde kann es brauchen. Alle Gemeinden hier in der Eifel können es brauchen, die durch die Flutopferkatastrophe betroffen worden sind. Aber hier, wir müssen uns ja ein bisschen lokal um unsere Leute hier kümmern. Also speziell jetzt für die Gemeinde Misch. So, kommen wir jetzt aber zum Thema des Tages, des Sonntages. Und zwar zu diesem schönen Fahrzeug. Wer letzte Woche schon geguckt hat Sonntag, weiß, welches Moped das ist. Und das erklären wir dann jetzt nochmal genau im Detail. Und dann geht das los. So, welches Moped ist das? Das ist genau die Duke von letzter Woche mit dem Getriebeschaden, wo die Abtriebswelle wieder mal nach 4000 Kilometer frischer Überholung abgerissen ist. Ihr erinnert euch, ich blende es nochmal oben ein, wer es noch nicht gesehen hat. Ja, frisch gemachter Motor, 4000 Kilometer gefahren und knack, war mal wieder die Abtriebswelle durch. Gut, anderes Thema. Da sind wir noch am Start, beziehungsweise die Wellen gehen jetzt wahrscheinlich zum Gutachter und dann sehen wir mal, wie es da weitergeht. So, aber, dieser Motor hatte ja eine Besonderheit. Hatte ich ja damals am Anfang schon erzählt, wo ich das erste Mal zusammen hatte. Wir haben ja hier eine komplette Serien-Duke, also eine R-Duke von Baujahr 14 auf 15, glaube ich, ist ja eher gleich, mit Originalausstattung, Original-Schalldämpfer, Akapowitsch-Endschalldämpfer und sonst eigentlich vollkommen Serie. Also Euro 3, so wie sie aus dem Laden kommt. Der Kunde wollte ein bisschen mehr Leistung, wollte aber dementsprechend halt nicht einen riesen Fass aufmachen, also mit Komplettanlage, offen, laut und ein Kit von uns, sondern wollte das so dezent wie möglich halten. Und daraufhin haben wir gesagt, okay, wir versuchen mal, den Motor ganz normal standardisiert zu überholen, also mit unseren Special-Parts, Kugellager als Kuppelwellen-Hauptlager, Feinwuchtung, spezieller Pläubolzen und so weiter, was wir halt immer machen. Wenn diese 3-Duke-Bearbeitung, Original-Nockenwelle, aber eben halt der Rest absolut Serie, nur dann mit einem 104 Millimeter Westerkoll. So, ein bisschen mehr Bohrung, also 2 Millimeter Bohrung, sonst nichts und natürlich ein angepasstes Map dazu geschrieben, damit das natürlich auch von der Meerluft, die der Motor sich holt, die der Kolben sich holt, natürlich auch dementsprechend die AFR-Werte angepasst sind. So, hat man alles gemacht, dann ist er mitgefahren, danach wollten wir eigentlich, dann hat er 1000 Inspektionen auf dem Prüfstand, hat er nicht ganz geklappt, da war das Ding jetzt schon wieder durch, aber jetzt ist er zusammen, eingefahren ist er schon und jetzt schauen wir mal, was der Okulyt denn so bringt. Was bringt uns 2 Millimeter Bohrung mehr, wenn wir den Rest quasi so lassen? Und da würde ich sagen, dann schmeißen wir mal an, rollen wir mal ab. So, dann starten wir rein und das machen wir natürlich mit der Leistungskurve, bevor wir den Motor überholt haben. Das war übrigens auch der Motor mit dem Vorspann-Kipphebel-Schaden, wo wir dann den kurzen Short mal drüber gedreht hatten. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere. Ich blende es mal oben ein. Ja, da hat man noch Glück, dass man abrollen konnte. Also der Motor hat gedrückt 68,55 PS bei einem maximalen Drehmoment von 69,41 Newtonmeter. Nochmal zur Erläuterung, die durchgehende Linie hier ist die PS-Leistung, die gestrichelte Linie ist das Drehmoment. So, jetzt nehmen wir die Kurve, die wir ermittelt haben nach der Überholung und nach diesem Getriebeschaden. Und ihr seht die blaue Linie. Ja, es ist besser mit dem Big-Ball-Kolben. Ist ja wie gesagt nur der Kolben geändert worden, sonst nichts. Und natürlich das Mapping etwas angepasst. Mit der AFR-Werte wieder vernünftig funktionieren, weil der Big-Ball-Motor oder der größere Kolben natürlich auch mehr Luft ansaugt, ganz klar. Dadurch müssen wir auch die AFR-Werte da leicht anpassen. Aber in der Spitzenleistung haben wir ja keine 2 PS mehr. Aber dafür natürlich im unteren Drehzahlbereich, wir sind jetzt hier bei 5700 Umdrehungen, haben wir statt 55 PS 60 PS, oder etwas über 60 PS, also 5,5 PS gefunden. Und Drehmoment mäßig sind wir von 67 auf 74. Also hat auch knapp 7 Newtonmeter dabei. Ja, in dem Bereich natürlich gerade 5, 5,5 ist ja genau dann so, beim Rausbeschleunigen oder beim richtig Angasen interessant. Im unteren Drehzahlbereich ab 4,5 wird es halt schon besser als Serie. Und hier unten haben wir sogar bei 3,5 haben wir sogar eine leichte Verschlechterung, weil eben halt da der Motor dann dementsprechend nicht genug Futter bekommt. Auch wenn man ein bisschen anfetten, das nützt nichts. Da ist einfach dann durch die Peripherie, Luftfilter, Luftfilterkasten und, 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 und. Einfach da dem Motor einfach der Hals zugehalten. Gut, aber wie gesagt, da kommen wir gleich noch zu, sobald wir da ein bisschen mehr ändern und halt auch ein bisschen mehr Luft geben, dann kommt hier oben auch die Mehrleistung und auch das Drehmoment. Gut, dann machen wir weiter. Ja, ist besser, klar, keine Frage. Also, wir haben auf jeden Fall mehr Drehmoment, klar, wir haben ja auch mehr Kubik. Spitzenleistung, ja, war klar, dass da nicht großartig was bei rumkommt, wenn wir die Restperipherie so lassen, wie sie ist. Wir haben auch ein bisschen rumexperimentiert, noch mit Deckel runter, also mit Luftfilterkastendeckel runter und noch ein paar Löcher mehr reingemacht mit einem anderen Luftfilterkasten. Und je mehr Luft dieser Motor bekommt und je mehr Anpassung wir machen können, also Zuströmung zur Drosselklappe, umso mehr kommt die Leistung. Also, diesem Konzept wird leider immer noch der Hals zugehalten, wie das halt so ist. Bei den Euro-3-Dingern, bei den Euro-4-Dingern ist es ja noch schlimmer, aber bei denen geht's halt. Also, für wen wäre so was interessant? Eigentlich kann man sowas machen, wenn man zum Beispiel so einen Motor hat mit einem kompletten Motorschaden, der halt auch die Zylinderlaufbahn defekt hat. Weil dann kann man auch direkt hingehen und sagen, okay, komm, dann machen wir statt einem 102er einen 104er rein, weil die Beschichtung ist dieselbe, also die kostet gleiche Geld. Der Kolben ist jetzt momentan auch wieder in einem Preissegment, der eigentlich sich von dem 102 Millimeter Wörsen ja nicht großartig unterscheidet. Und man hat dann nur ein bisschen Extrakosten für den Zylinder quasi vorher noch im Alu aufbauen zu lassen. Ja, ist ein schöner Mehrwert. Macht, wie gesagt, dann Sinn, wenn der Zylinder so kaputt ist. Kann man machen, muss man aber nicht. Ganz klar. Ihr seht, die läuft alles ein bisschen besser, aber wenn man halt dementsprechend noch mehr aus diesem Motor holen möchte, dass er also, dass man ihn noch, wie soll man sagen, noch freier laufen lassen möchte, muss man dementsprechend an den Ansaugtrakt ran, dementsprechend noch anpassen, das Mapping. Aber was passiert dann, wenn man halt natürlich auch mehr Luft macht? Das Motorrad wird wieder lauter, weil die Luftströmung dann doch hier ganz schön Krawall macht, wenn der Motor dementsprechend seine Leistung oder seine Leistung bringen soll. Ist so. Gut, dann haben wir das Thema jetzt abgefrühstückt. Also Duke 96 R Modell, Beuer 14 mit 104 Millimeter Kolben, Rest Serie. Und da würde ich sagen, ich habe noch was für euch. Wir sind noch nicht am Ende und da kommen wir jetzt zu. Ja, und was haben wir noch Neues? Wir haben wieder was zum Testen bekommen. Ja, von der Firma Leowitch. Wie ich das angekündigt hatte schon, hat man uns freundlicherweise wieder die Komplettanlage geschickt von der aktuellen SMC R 2021, also dem Leowitch Nero. Den kennt ihr ja schon. Aber auch wohl exklusiv, glaube ich sogar, schon die ganz neue Kummeranlage für das Motorrad mit dieser Powerbomb dran. So, und wie die aussieht, das schauen wir uns das mal an. Jetzt nehme ich euch mal ein bisschen mit. Dann kommt ihr mal mit dem Onkel. So, jetzt geht ihr wieder los mit meinem Gimbal hier. Ich und Gimbal, zwei Welten treffen sich. So, hier ist der Nero. Ja, kennt ihr ja schon. Nein, andersrum. So rum. So, ne? Und hier haben wir jetzt natürlich auch direkt vom Hersteller zwei Zwischenstücke bekommen. Natürlich der Originale, der mit dabei liegt, mit dem eingehefteten Katalysator Euro 5 und das Dicat-Rohr ohne Kat, um das mal zu testen. So, ihr seht aber, das ist das gleiche Rohr. Ja, und man muss nicht unbedingt das Ding noch zukaufen. Hier kurz die Schweißnädchen getrennt und da könnt ihr den rausziehen. Aber das nur so als Tipp am Rande, natürlich alles nur für die Rennstrecke. Ist ja ganz klar. Ja, dann kommen wir zum Neuheit, nennen wir mal. Das ist der neue Kummer. Ja, mit der neuen Bomb, also nicht zu verwechseln mit der Anlage von den Euro 4 Modellen. Die war ja auch zum Stecken und hatte ja hier dann so einen Katalysator im Kummer. Das ist jetzt ein komplett neues Teil. Ja, ist auch recht schön gearbeitet. Schweißnädte gehen auch für ein Serienprodukt. Ja, und hier seht ihr halt diese kleine Powerbomb an der Seite. Diesmal auch so montiert, dass er wahrscheinlich auch hier dann den Ölfilter nicht blockiert. Das werden wir allerdings sehen, wenn ich die Anlage mal montiert habe. Weil das ist ja auch interessant. Passgenauigkeit und natürlich Wartungsfreundlichkeit am Motorrad. Ändert sich da was? Wird die behindert? Und das wollen wir ja alles wissen. Klar. Dann auch formschön ein Carbon, einen Carbon-Hitzeschutz dabei. Ist auch echt Carbon. Natürlich mit Halterung. Und dann hier die Federn, die dazugehören. und dementsprechend halt auch der Halte-Kit für die Original, das Original-Schutzblech quasi, das Hitzeschutzblech. Die Federn sind für den Stutzen. Der ist genauso aufgeführt wie bei den anderen Trümmeranlagen von Leo Winsch. Wir haben jetzt hier einen Stutzen, der kommt in den Zylinderkopf rein. Wird dann so verschraubt mit diesen beiden Kupfermuttern. Und dann eben halt mit diesen Federn hier eingehakt. Lambda-Sonnenanschluss ist auch klar. Kommt auch wieder rein. Ja. Daher sind wir gespannt. Vor allen Dingen, was mir natürlich sehr gut gefällt bei dieser Trümmeranlage ist, dass eben halt die Durchmesser des Rohres identisch sind mit den Serien-Krümmern. Ja, die Serien-Krümmer, das ist jetzt hier mein spezieller Wurst-Bomb-Krümmer. Den kennt ihr vielleicht noch aus den alten Videos. Das ist ein Krummer Original von der Husqvarna 2018-701. Die Krummer sind ja eigentlich immer identisch. Auch die Durchmesser, hier haben sich ja nur die Endstücke jetzt geändert, bei Husqvarna und bei KTM. Wir haben jetzt hier überall diese Drückenanschlüsse dran. Allerdings bei KTM und bei Husqvarna sind die halt gedreht, so dass man auch die Krummer nicht an die Fahrzeuge bauen kann, beziehungsweise man kann sie natürlich komplett dranbauen, inklusive der Schalldämpferanlage der passenden. Aber ist natürlich eine Riesenaktion. Da braucht man immer den Krummer. Die Endschalldämpfer sind halt so nicht mehr einfach zu wechseln. Aber da waren wir jetzt nicht bei. Wir waren bei den Krummern und die Durchmesser sind halt identisch. Keine Riesenofenrohre macht bei einem Serienmotor auch keinen Sinn. Also bei einem Serienmotor macht eigentlich alles noch schlechter. Ihr erinnert euch an den berühmten Test vom Tecmo Krummer. Alles Schmuck am Nachthemd, sieht schön aus und das war's. So, ob jetzt dieser Krummer tatsächlich etwas mehr Leistung bringt, bedingt durch die Bombe, die montierte. Das kann sein, weil hier unser Selbstbau und der ganz alte, den kennt ihr vielleicht auch noch, hat ja auch immer etwas im oberen Drehzahlbereich an Leistung gefunden, wenn auch nur marginal. Aber das werden wir testen und schauen einfach mal, wie er sich schlägt. Und wie gesagt, die größte Herausforderung ist die Passgenauigkeit. Und da bin ich sehr drauf gespannt. Ja, Schalenhäfer kennen wir ja. Jetzt bei dem Euro 5 hat sich auch ein Riesen-Okolyt von DB-Killer drin. Also hinten diese kleine Kappe, das ist der DB-Killer. Also bis dahin, der geht fast bis zur Hälfte rein. Ja, ansonsten gute Qualität, so wie man das kennt bei LeoVinci, also beim Nero auf jeden Fall. Und dann sind wir natürlich gespannt, wie sich dieses oder der Schalldämpfer auf einer Serie-SMCR schlägt, mit Serie-Map. Auf unserer Husky, die hier steht, könnten wir könnten wir theoretisch auch montieren, aber das Problem ist, da ist jetzt schon der Stage-1-Kit Flash drauf, von Martin, von MCE-Performance, daher würde das jetzt die Leistungsmessungen stark verfälschen, daher geht das leider nicht. so, stellt euch mal wieder hin. So ist besser. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir wieder zum Ende. Denkt an die Spendenaktion, ja, die Leute haben es wirklich nötig, die brauchen es, ob ihr das jetzt auf GoFundMe hin überweist oder eben halt direkt an den Förderverein von MESCH, wie ihr gerne möchtet, alles kein Problem. Heute ist wieder Freitag und heute Abend geht es wieder live in die Werkstatt mit den Kanalmitgliedern. Ab 20 Uhr geht es hier wieder los und dann werden wieder Fragen rund um Technik, Einfahren, Motorräder, Auspuffanlagen, wie auch immer gestellt und ich hoffe dann von mir auch vernünftig beantwortet. Wer da mal Bock drauf hat, der Link zur Kanalmitgliedschaft findet ihr unten immer in der Videobeschreibung. Da einfach draufklicken, da habt ihr noch nichts abgeschlossen, einfach drauf, da kommt wieder ein Video von mir, da erkläre ich euch, wie da der Ablauf ist und wie da diese Stufen sind in der Kanalmitgliedschaft und dann könnt ihr euch entscheiden, ob ihr da Bock habt mitzumachen und dann vielleicht wieder in 14 Tagen bei uns mit dem Discord rumzuhampeln oder halt ganz normal einfach auf YouTube mit im Chat dabei zu sein. Daher würde ich jetzt sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen da, lasst uns ein Abo da, wenn ihr noch keins habt und immer das Glöckchen aktivieren, dann gibt es immer Infos, wenn wir ein neues Video rausgehauen haben und dann würde ich sagen, macht es gut, wir sehen uns nächste Woche Sonntag und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.